Wenn im Winter alles entweder weiß oder schwarz oder grau ist und es kein Funken Farbe gibt, so gibt es doch Magie. Wenn man über die weiten Felder schaut, über die Ebene bis zum Wald, dann fallen sicherlich Sternflocken herunter, die weiß sich auf dem Boden verteilen. Aber es gibt auch Magie und zwar die Farbe haben. Und diese Farbe kommt von einem Lichtwesen, von einem Baum. Und dieser Baum trägt als einziges die Farbe Grün. Und dieser Zauber ist der Tannenbaum. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine weitere kleine Weihnachtsgeschichte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020